Wenn ich mich nicht irre... Ich hoffe... Jetzt nicht rein... Jetzt hier... Hey, ich bin wieder am Ausgang. Heißt... Ähm... Jetzt gehen wir noch mal zu diesem Rätsel... 1, 2, 3, 4, 6... Ich finde keine Person mehr... 2, 3, 4, 5... Wir haben nur 5... Wenn wir das letzte erschließen... Also... Kreis ist Z... Sagen wir... Kreis ist Z... Äh... Fjerk auch... Fjerk ist auch Z... 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 Okay... Ist auch Z... Und das... Das Ding ist... Ganz komisch... E... Das hier... Stern... Ist... Der da... Und... Das Dreieck... Ist... So... Halber... Kreis da... Der da... Also... Stern ist... Also... Stern ist... Ah! Oh, das ist der hier. Das hier oben muss der hier sein. Den unteren muss ich durchswitchen, bis es passt. Ja! Gott hat das gedauert! Was? Was ist das für ein Seemaunser? Auch ist da, kann ich sie weglaufen? Lüffeln. Sollte ich irgendwas tun? Oh! Was? Wie? Was? Wer? Wo? Wann? Ich versteh gar nichts mehr, du. Ich weiß nicht. Da werden wir sehen. Das heno-kische Ne-Kronomikon, die Eisen-Erds-Bergarbeiter haben, ist endlich gefunden, doch nicht alle von ihnen wollen Sein Ritual durchführen und das Emonster Gnai beschwören. Der Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf dieser Welt entfesseln würde Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eldown-Scherben zu erstichen Gnai beflucht daraufhin den Bergarbeiter, der nur die Bienen durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Emonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluchen Gut Gut Wo? Ich werde deine Geschichte später lesen. Okay? Und ähm... Please, don't tell your mother I'm in here. Alright? Okay. Now, you go. Get back home. Wo? Hm... Okay. 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 Ich schaff dein Zirk aus meinem Keller, bring es zur verdammten Müllhalde. Ich habe es so satt auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen und ich meine es ernst, entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Da scheint wer ganz um gar nicht glücklich zu sein. Was ist das? Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Ich kann nichts mehr machen. Was ist das? Oh. Das ist das? Lass mich nicht mit dem Lappen. Dale, was ist mit deinem Kind passiert? Schrauben auf die Bände? Schreiben seine Geschichte? Ich meine, was die fuck? Ethan! Für Gott's sake. Du vermisst das Essen. Entschuldigung. Ich habe eine Geschichte gemacht. Wie lange habe ich hier rausgebracht? Paul Prospero, Supernatural Detective. Wo hast du diese Sachen? Papa, würde ich hier rausgekommen? Bitte? Er machte Bilder auf die Bände. Was ist das? Chad! Shut up! Du hast dich ein Faggot für ein Sonn, Dale. Travis, lass uns gehen. Komm schon. Faggot! Ethan, du bist ein Faggot! Travis, stop es! Shit! Shit! Everyone! Go! Get out! Get out! Es ist Toxic! Jesus! Oh Gott! Was machen wir? Was machen wir? Das ist dann gerade noch nicht, Vielen Dank. I wrote about you, but I don't know if I created you. You made me real. I can't go yet. I have to finish my story about you. I wrote stories about everyone. I know you did, but my story's done, and it's a fine story. I can let go? You can let go. What happens then? Another story, kid. What else? I can let go. I can let go. I can let go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020